Musik Heute am 3. Oktober präsentieren wir die Edition 30 Jahre Deutsche Einheit, Meistersinger gemeinsam mit Mühle Glashütte. Edition 30 Jahre Deutsche Einheit, zwei Ikonen der Zeitmessung in Schwarz-Rot-Gold mit einer 18-Karat-Gold-Lünette. Wir haben die Meistersinger Nummer 3. Wir haben von Mühle die Teutonia als Ikone. Des Weiteren haben wir einen speziellen Datumsring gestaltet, wo die Zahlen 3, 10, 20 und 30 Gold bedruckt worden sind. Bedeutet 3.10.2020 30 Jahre Deutsche Einheit. Zudem haben wir noch einen Sonderroter gestaltet, wo die Deutschlandkarte verewigt ist mit den beiden Standorten Münster und Glashütte, um eben auf dieses besondere Ereignis nochmal hinzuweisen. Zudem haben wir noch einen Sonderroter gestaltet, wo die Deutschlandkarte verewigt ist mit den beiden Standorten Münster und Glashütte, um eben auf diese Weise zu erinnern. Vielen Dank.